Es ist nicht wirklich fassbar. Man hört es von anderen Ländern, dass sowas geplant ist, aber dass es dann vor der eigenen Haustür passiert. Die Regierung ist nicht immer so ideal, wie wir sie gerade haben, aber besser wahrscheinlich, als die geplant hätten. Das ist ein Schock, dass unser Enhaber einen Putsch organisiert hat mit den rechten Radikalen, mit den Faschisten, sage ich mal einfach, ein Prinz, dass ich sowas erlauben kann als Narva gegen diese demokratische Rechtsordnung. Das ist ein Schock für mich, ehrlich gesagt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist so weit entfernt von dem, was man selber denkt, dass man eigentlich nicht darauf kommt, dass es möglich wäre. Das ist ein Schock, das ist ein Schock, das ist ein Schock. Das ist ein Schock, das ist ein Schock.